Waffenkiste. Oh guck mal hier liegen über 60 Schuss drinnen. Arne ich hab da noch mal 2000 Play für dich. 2000? Ja. Ich bin gerade an der Forge. Ja ich bring dir schnell. Hat das einen Spaß gemacht. Ich hab ein Loch in der Hosentasche, wenn ich da durchgehen macht das brutal viel Spaß. Was? Taschenbillard spielen. Hab ich gelacht. Ich bin auch die Tränen runter. Es ist der Wahnsinn. Wie viel Glück man haben muss, dass man da noch überlebt. Obwohl ich mitten in der Dixxar stehe als sie sich bewegen. Ich hab wirklich mitten drin gestanden und hab auch wirklich einen Hit abgekriegt. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Ich brauche Heilung. Oh Mann ey. So eine Scheiße. Ja ich bin auf der Suche nach Stoff, aber irgendwie haben wir hier keine Stoff mehr. Kann das sein? Nein ich hab noch 12 Stoff hier. Boy Wolf komm mal. Wenn du irgendwas suchst und nichts mehr da ist, musst du mal Proxy fahren. Hier Stoff. Die habe ich noch nicht mal zu meiner Verarbeitung gekriegt. Bei mir hat sich jetzt eben gerade mein Inventar umgescheitert und ich kann jetzt alles voll nutzen. Warum? Ach so, weil ich Steroide genommen habe. Doch da bin ich wieder. Du hast Steroide genommen. Okay. Hast du mal gedoping? Warte ich hab mir gedacht. Sag mir doch warum jetzt nicht. Oh, Kidz? Äh, arm? Ja. Schau mal auf die Uhr. Das wird nix. Aber dann hast du es schon mal. Geil das war's. Ich bin richtig glücklich. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Oh, 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 oh aber die musste erst ablaufen lassen es kann ja nicht ich komme mir in keine kiste rein weil alle vor diesen kisten stehen nein ich stehe oben drauf ich bin jetzt in der lebensmittelkiste drin stelle ich bitte hinter mir ist gut ich habe ich gehe jetzt da sind ja die horne ist mega irgendwie erinnert mich das an so einen gewissen versuch von mir die kannst du mit augen gar nicht dann natürlich sein dass der server sich jetzt so umgestellt hat das ja ja das könnte theoretisch weil ich ja drinnen habe dass er tag drei jeden dritten tag nimmt plus minus ein tag also das ist doch nicht heute die haben wir ja schon gehabt ich weiß nicht was sie gemacht hat aber ich hatte spaß gehabt micky schreibt drinnen falls ihr dynamische horden eingestellt habt dann bringt eine zeitrückstellung nur eines ein bug welches wie auch auf dem server hatten okay inwiefern und gibt ihm zeit muss er erst schreiben ja dann lasst denn das doch dann was doch noch aus von ihr das ist doch eine hohe ist von micky schreibt hast du schon mich mit micky micky steigt horde kommt nicht mehr das ist der bug ja da kann wir ja ja native vorsteigen hast du das ist alles da drüben vielleicht wenn es hochkommt 20 stück ja dann mach mal mehr ich brauche ich kann dann gleich werkzeug machen ja gut sollten wir nicht leicht dass das was das vor allem gleich mal nutzen wir haben noch werkzeug ohne ende wir haben genug mit teil wollen wir nicht einfach dass das das ist ja unsere oder ist bei die horde alter herr du auf mit dem unsinn nur bist du beschloppt der helft herr kind ja hier ist auch hier Massenhaft! Massenhaft! Ach ne, hör du auf! Mach hier zu! Hooker! Oh der ist durch! Sauber! Könnte jemand bitte Aldo abschließen? Geier! Geier! Irgendwo Geier! Geier tot! Weiter Geier! Ja, ich seh ihn! Noch mal Geier! 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 Hunde! Okay, jetzt hat er langsam alle durch! Das ist richtig, oder? Riesen Wolf! Oh, da sind richtig viele Hasen! Was? Jetzt, ich hab auch mal Hasen! Jetzt geht das Haus! Stürzt das Haus ein! Ja, also tot! Geier tot! Ich hab's mir gebrochen! Ich hab's mir gebrochen! Alter Scheiße! 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 Also wer schafft ihr so nicht? Geier tot! Na ja! Na ja! Na ja! Na ja! Na ja! Hey! Ey! Ich brauch so vielen Dank! Ey! 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 kein problem ich kann ich gesehen man danke dir das jetzt schon acht monate was braucht ihr ja genauer 76 uhr und 9 mm 9 mm komm her bist du da bist du 9 mm danke bitte auch direkt dort kommt noch eine schreierin und an die rante sie erst mein gott keine 67 so das ist da unten damit wir schützen sich schon wieder ganz echt jetzt wieder ein spruch auch mal halt also würde ich hier so die nacht soll das jetzt hier ein rampen test werden oder was glaube er nach der lebt doch der wolf ich wollte kommen da kommt noch wieder auch das heißt ja ich war nicht so wie stand wenn die schon tot der himmel die müssen wir auch abknallen rechts von rechts der rampe kommt wieder ein haufen so weiter hat jemand magnumoni ich bin gehockt er lässt hier schweine und schweine auf der hausen hausen vorsicht hausen ja ich habe gesagt nicht auf die hausen wie auf der schießt auf mich gut genug bewaffnet ja ja tot ja du hast gott not an ich habe ich sterbe das hätte man sagen dürfen was stürzt irgendwann ausstelle also die schweine auch mal 70 vielleicht schneller gegeben ja sie ist ja war doch nett oder unten liegt noch ein schöner wolf rum und die ganzen säcke war eine mütze drin natürlich raste aus mensch jetzt geht auch hier sind tausend von säcke und du musst nun dahin gehen wo ich stehe ich war zuerst hier zuerst ich habe hier oder oder wieso könnt ihr die ganzen polizisten am arsch weil wir können am ist lustig das stimmt noch ein hasen ins bei ist das nicht stimmt dass der von oben hilfe ich habe ein messer ich habe ein messer und pira ich schlachte den hund wolf war doch immer da noch ist ich bin völlig überladen dann kannst du gleich hier oben das schwein aufschlachten ja ich komme hoch ich muss sowieso ich habe bin völlig überladen ich habe gesagt ein pira messer ich mache ich bringe es auch erst um wenn du willst es ist dass man lässt sich das hoffe ich das grünen ich glaube an den kriegen kriegen wir kein fleisch raus oder den grünen christler wie auch schon recht ja wenn es noch da liegt und das geht nicht mehr ich nicht mehr ich komme jetzt auch ich bin völlig überladen ist 22 uhr bis 2 uhr ich glaube das schwein ist runtergefallen egal ich muss endlich muss mich entlernen ich habe ich gefunden und kohle war das ein geil das geiles nut was ich schon wieder habe als salut war echt stark so macht guten spaß alles voll ich bin hier weg jetzt jetzt spring hinterher ich brauche noch eine neue kiste wo ich meinen hinschmeißen kann ich bin völlig überfordert das ist alles voll dann tut doch alles ja es ist alles voll das war doch es ist fast alles voll hier ist zum beispiel fast immer immer ein stück zurück ja ich gehe er geht da rein er geht da ich ja auch die hier ist auch fast leer muss erst mal rein und dann nehmen das schwein ich habe sie repariert weiß ich nicht was proxy macht ja proxy ich habe pflastersteine okay auf jeden fall sollte jetzt das thema aus seiner kotzer zu befreien gleich auch nicht mehr der fliegt gerade in der luft und da hinten sind noch drei schreier dann sehe ich es kippt ja viel spaß für den der das nächste mal sortieren muss stand hier oben drauf und das runter geflogen und das tut oder fahrer hat eine smg ich habe auch eine ak ich habe auch eine ak entschuldigung dass ich dass ich dir geholfen habe danke herr brause ja und da weißt du mal wer deine wahre freude sind ich bin der einzigste der gekommen ist um dir zu helfen das weiß ich zu schätzen herr brause dankeschön herr bräubel und ich werde mich auch bedanken sobald ich wieder immer heimatort bin ich hätte beide mal richtig raus gehen ich hätte ich hätte ich hätte dir auch gerne geholfen aber ich bin durcheinander gekommen mit viertel vor 1 aber herr brause ich habe jetzt eine schatzkarte wollen wir nicht wieder zusammen machen liegt oben und wenn du da die umgekommen kommt kommt erst mal ja wir sind schon das wieder auf dem weg zurück ich glaube wohl musst du wieder neu einladen der ist ja habe ich eben gemacht eigentlich das okay weil er war bei mir nämlich nicht angezeigt deswegen musste ich ihn auch erst mal da über mit suchen noch mal aber ich meine wir hören jetzt gleich hier so aber ich kann bis zum nächsten mal mini bike basteln da könnte schneller zum händler ja ich habe inzwischen 71 aufrufe auf den clip also ich weiß nicht ich habe 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 ich kann heute noch flash anstellen ich habe ich habe ich habe enklar so ich denke das war jetzt ich denke es war ziemlich erfolgreich wir haben ziemlich viel spaß würde mir wahrscheinlich zustimmen wenn ich die statistik ein gucke war jetzt nicht so schwer genau das gleiche der ist level 22 und ich sag mal dass die rolle nicht so stark gewesen ist sind dann alle hier ja kann ich schon mal unternehmen das meine uhr wurde alles gut